DJ Shortcut Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist DJ Shortcut und ich begrüße euch hiermit zu meinem neuen Video, der Beat Challenge Es ist immer noch Lockdown wir haben immer noch Corona Ich sag mir ganz einfach, ich krieg das nicht und ich will das nicht Deshalb dachte ich mir Ich supporte mal einen lokalen Plattendealer, nämlich Max von Max Records Ich bin der Max von Max Records und ihr befindet euch gerade in meinem Plattenteladen Er versorgt mich mit zwei Scheiben Die haue ich gleich auf den Plattenteller Hör mir das Ganze durch, such nach passenden Samples und dann werden wir hier gemeinsam einen Beat entstehen lassen. Ich hab Bock drauf Ich hoffe ihr auch. Stay tuned Bis dann. Peace So, dann gucken wir uns die Scheiben doch mal an, die Max mir rausgesucht hat Die erste Scheibe Ronny Lemar Mit dem Titel You mean the world to me, sweetheart Wenn ich eine Frau wäre und der Dude würde so auf mich zukommen dann würde ich auf jeden Fall erstmal rennen Here's Johnny Die zweite Scheibe ist The Independence Mit dem Titel The first we met Ich bin gespannt, ob ich da drauf dope Samples finde Schauen wir mal, was da geht Checken wir mal die zweite Scheibe Oh shit Ich bin mir schon wie ein Rapper jetzt Rapper oder wie heißt das noch? Rapper Aber bevor ich's vergess Natürlich keine Studio Session ohne Energy Heute leider kein Red Bull Aber dafür ein kaltes Monster Dann sag ich Prost Es kommt die Sommerzeit Dann muss ich mir gleich noch einen zweiten hinterechsen Rapper So, jetzt brauchen wir noch eine Crash. Suchen wir mal eine. Halt, 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 halt! Ich hab jetzt noch die Baseline eingespielt. Ja, ich hab mich jetzt spontan dazu entschieden, einen kleinen Mini-Remix zu bauen mit diesem Beat. Und zwar, das A Cappella kommt von der Art of Rap-Doku. Sehr sehenswert, wer das Teil noch nicht gesehen hat, von Ice-Ti produziert. Redman hat ein A Cappella gekickt. Das A Cappella hab ich jetzt für diesen Mini-Remix benutzt. Das Ganze mische ich jetzt noch und master ich noch und blende euch jetzt im Anschluss direkt ein. Dann könnt ihr euch den Beat bzw. den Mini-Remix reinziehen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder mit am Start wart bei der Entstehung von diesem Beat bzw. diesem Remix. Ja, ich bin raus. Bleibt gesund. Bis dahin. Peace. Redman, I'm back. Like, fuck, you pay me. A street fighter like Baraka. You may leave. Who does it better than the bricks? Call it. You couldn't mark the spot if you shot the target. Believe me, boy, I'm just getting this started. And y'all stupid like tripping over a court list. I've been a dope nigga since swimming and balling. Your hot chicks on your block, I'm digging in all of them. Damn, it feels good to see people up on it. To see who's the raw and what nigga stepped on it. I'm in your Harlem night, black 10 at 6. The cops Calhoun and I'm hauling ass quick. When I'm gone, I redline the needle. Cause trying to find me is like trying to find Nemo, bitch. BBBJ Shortcut. Mein Business. DJ. DJ. DJ.